Ja, da kommt ein Slash. Ja, ja. Ich hab Bottle. Okay. Ich hatte auch wieder Ultimate ab, aber... Wir müssen dann schauen. Okay, ich sag mal. Okay, und, go. Man hat noch so keinen Schaden, dann. Ohlal. Ohlal. Okay. So Glück macht der hier ja noch einen Schaden. Ja. Ne ganze Menge. Danny carried, hab ich gehört. Ja, Scott, der macht aufgeschaut, egal. Von, it's back. Jetzt kann ich mit sich auf. Da kommt ein Bier. Ja, ich bin nicht mehr da. Ja, gut. Danny, bau mal ein Warmox auf Darius. Ja, kann man machen, aber erst später. Jetzt noch nicht. Warte, was hast du für Items? Machst du weg? Oh, ne. Warmox kauft nie, Warmox, das war ich nie. Oh, nein, 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 nein. Ja, so ne spirit usage, oder? Weil, na... Pazer des Totenmannes. Oh, fuck, ich dachte schon... Pazer des Totenmannes, sorry. Äh, das war nicht deine schuld. Weil ich es nichts machen könne. Soll ich hier 2x2 hunden, Danny? Du hast es wieder verkauft vorhin? Ja. Das ganze Item? Wirklich? Du hast dir das gespart und wieder verkauft. Ja. Das ist das übelste Sorte Dom. Ich weiß. Junge! Warum machst du es dann? Weil er gesagt hat niemals gedacht. Ja, dann heißt das einfach, dass du es gleich verkaufen sollst. Ist auch außer das Jungle Item, wenn man Full-Bild sein möchte. Ja, ne davon rede ich gar nicht. Ich bin zu kompliziert. Das ist so witzig, oder? Dann. So. Mach bitte so. 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 So spritzartig. So. 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 Das ist schön. Kennst du diese Plastikhühler? Ja, genau so. Wami stellt es mir halt so vor, wie er so gerade zu dem Stuhl hockt, alles zusammenknallt, was bei ihm geht und dann das Geräusch macht. Und vor allem, ich weiß halt noch, wie Danny ausschottert. Das ist noch was, Digger. Kuss! Kuss! Oh, shit. Okay, ich sollte nichts mehr einfach back gehen. Ich kauf auf dem, keine Worm. Nee, ich kauf auf dem. Nein, was ist alles? Nein, bist du nicht, aber du bist uns nicht vorstellen, wir müssen uns nicht vorstellen. Ja, Fleisch weg, wenn ich die Kuh hab. Hast du das gerade mit Fisk gesehen? Mach der schon wieder mein Tower. Und was machen meine Minions da oben? Alter, jetzt macht er die wieder weg. Nee, echt? Nein! Der macht die Minions weg? Warte mal, lass mal jetzt ernsthaft drehen. Macht der die jetzt wirklich weg? Der macht die weg? Man macht Minions weg, ernsthaft? Ich glaub, der scripted, oder? Ja, Mann. Ich dachte, die 201, die ich hab, das sind die Damage-Punkte, die ich mach. Wir reporten ihn für Minions wegmachen. Ja, Mann. Hallo, die Minions wegmachen ist es. Ja, äh. Ja, Mann. Nein. Du hast keine mehr. Soll ich da rein? Jetzt, jetzt werden sie die Tower lifen. Und jetzt würden sie es auch schaffen. Meinst du? Das macht der ja kein Damage. Ich hab ein Ohr. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum verreckt die da gerade alle? Das ist irgendwie... Wo ist der? HAAA! Hä? Was ist mit dem? Was ist mit dem? Auto-Attack. ... Aber ich muss doch Penny helfen! Weiß! Timmy! Ja? Oh Gott! Ha! Annie! Ja, nice! Oh, da kriegt sie voll die Ulti! Mann! Komm her, komm her, komm her zu mir! Ich? Und? Nein! Ich renne vom Tibbers weg! Hau ab du Tibberst du! Ich hab noch Ulti! Der überschätzt sich, der überschätzt sich! Vollkommen! Wir wollen mehr Wads! Wollen wir Baron machen? Ja, verliess es! Wir sind viel zu low live! Wir sind zu, wir sind zu, wir sind zu low! Die Supporter sind ein bisschen safe heute unterwegs, ne? Garen nicht! Garen nicht! Wollen wir eventuell mal den Inhip von denen einreißen? Weil, ich mein... Lo... Ja, da ist er einfach in's geplatzt! Hahaha! Äh, ich will auch, ich hab aber 3.300, ich will die Aufstieg! Oh, oh, Garen ist hier! Den haben wir, nein! Garen! Ne, weg, 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 weg! Ne, hab ich, hab ich! Okay, jetzt weg! Oder, wir weg! Weg, weg, weg! Wollen wir noch fies? Jungs, fies! Jungs, fies! Was, was? Ich hab da was für fies gehört! Wo? Ich seh ihn grad nicht! Ne, nicht weg, komm, lass nicht weg! Durch, durch, durch! Ja, ja! Oh, oh, sag mal! Szeeeeeeeeen. Szeeeefeeeeeeeee! Alter, sorry, ich hab grad ähh... gesplayed, weil ich kein Mana hatte und dann nicht mehr in den Fett nur das war. Nicht den Brüsche laufen! Das ist Regel Nr. 1, Gteamot! Pödi! Pödi... Pödi... Nein! 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 Ah! 1 OP! Okay. Nimm ich mal. Mehr oder weniger. Soll ich nicht sterben. Weil du mit dem Hexer ProBel das sterben, wo du so einen Dash machst. Ja. Und du schiessst ja so Dinger, oder? Ja. Und wenn du mit Cannon das noch mit der E machst, dann triffst du einfach alle Geschosse auf den Gag. Aber wer zum Fick ist den Cannon? Das ist so ein Ninja. Der kleine Ninja. Ah, der kleine Typ, der sieht wie ein Schraub. Warte mal, noch ein bisschen Salz in die Wunde. Ah, hey Paddy! Das war jetzt gut geplänt. Gut geplänt von Kegs. Ach so von Kegs! Ja! Natürlich! Du hast auch gut geplänt. Nee, bitte das Kegs nicht. Sag einfach nichts. Wir kennen alle die Wahrheit. Die Wahrheit war das Schnitzel. Schnitzel war in unserer Zimmer. So und safe, Tony. Wicke... Halt, die Rocket kommt jetzt so verkehrt. Ich mach den Damage und du machst die Last Sets. Okay. Das ist schon mal ein Ringo, das quellt mir. Das ist sogar dein Dubwaff dann. Nein! Meister dir und safe. Ehh, 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 Ehh! вол die Ulti. Die Glidus Ulti! Du weißt es insignmbannmix. Nein,lein. Ehh, loa terradig war voll drin. Oh neee, Au re ME! AaarGH! Ey dieser Shenndenn, ohne Witz. Ich hasse ihn, ich hab so'n keinen Bock mehr Warum sind wir schon wieder alleine, Mann? Ich hab so'n keinen Bock mehr Dieser Huren, so, Huren, so, Huren, so, Huren, 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 so von Shen Gerade eben Das ist so ehrlich, ich ulti's, gerade In der, man Ich weiß, wie gut das ausgegangen wäre, hätt' ich sogar ulti's Mann, ich hatte alle geklatscht Ist meine Ernst Ja, ich glaub's dir auch Ja, du sollst mir auch nicht glauben Ja, was denn sonst? Ja, weiß ich doch nicht Alter Wo ist sie denn? Der unten auf Hotline ist nicht Oh, Alter Fuck nicht, dass das jetzt fährt war Wow Wow Dann bist er noch drinnen So, nicht, weil man Soll, Lucien hätte einfach hoch Nein Oh, leck mich Warum kommt mit dir kein Mist, Mann? Ganz ehrlich 25 Sekunden Krass, der aus Leute, das ist der Das ist aber bad Das ist bad Mann, ich bin so klein Jetzt seh' ich jetzt zuerst Jetzt bin ich ein bisschen größer geworden aber trotzdem Ja, das war trotzdem fast nix Ich bin so groß wie du Ich war mal so froh Der bevorste… Ich bin so ideals Dann bin ich always Ich bin so großartig Oh das ist hier um so jetzt folgen noch ein paar Infos am Ende dieses total aufwendigen Highlight Videos was irgendwie für mich zwar aufwand ist aber für manche andere anscheinend nicht naja egal auf jeden Fall einige fragen sich jetzt wahrscheinlich wo denn Metro 20 33 bleibt tja da gibt es ein kleines Problem und zwar das Aufnehmen von Metro 20 33 zur Zeit ich hatte letzte Woche für ein paar Tage kein Internet, deswegen kamen da keine Folgen ich hab mir gedacht gut nimmst du eben da die ganzen Tage auf damit du ein bisschen was hast ja schön und gut ich habe aufgenommen ungefähr um die vier Stunden lang ähm ja ja und am Ende hat sich herausgestellt dass mein Ton nicht aufgenommen also meine Stimme wurde nicht aufgenommen äh ingame wurde auch nur teils aufgenommen und ja dachte ich mir gut das muss jetzt nebenbei ein Tag sein probierst du dann am nächsten Tag nochmal ähm ja am nächsten Tag kam dazu dass es dass dann die Aufnahme bei mir total gelegt hat und es nach 20 30 Minuten auch ingame bei mir Slang angefangen hat also ich hab mir gedacht gut jetzt hast du schon in Anführungsstrichen so lange so viel vorgespielt ähm dass es für dich jetzt nicht mehr rentiert dieses Spiel weiter aufzunehmen und ja jetzt hänge ich zur Zeit erst mal nur daran LOL Highlights hochzuladen was mir zur Zeit auch mehr Spaß macht als ähm METO aufzunehmen ähm ich hoffe es hat mich böse darum dass von mir höchstwahrscheinlich nur Samstags Videos kommen von LOL Highlights aber naja wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich nächsten Samstag wieder bei den nächsten LOL Highlights macht's gut und bis dann